Ah, okay. Jetzt habe ich einen Lex und einen... Ne, was war das? Kabeljau? Ja, genau. Kabeljau. Ich versuche es mal ein bisschen an der... an dem Ufer da nochmal. Da ist ein Rauchen. Oh, okay. So, machen wir das mal hier. Der Rauchen wird jetzt nicht anbeißen. Was ist denn mit dem Schwimmer, oder was? Der scheint ein bisschen in der Luft zu sein. Na ja, okay. Ne, ne, Hai, geh du mal weg hier. Boah, das war... Ja, guck mal hier. Ne, das war der Kleine hier. Aber den habe ich jetzt nicht herausgebracht hier. Okay, Hai, jetzt geh du mal weg hier. Du störst hier. So. Das nervt aber auch nur. So, jetzt. Da ist... Moment mal. Wo ist denn der Schwimmer jetzt hin? Ach, der war... Ne, Moment mal. Aber der hat doch... Der hat da angebissen hier. Der Kleine. Aber den habe ich nicht rausziehen können. So, jetzt ist er da wieder dran. Da kommt noch einer dran. Ja, guck mal. Ach, den kann ich da jetzt herziehen. Ah, okay. Genau das ist ja geschehen. Okay, gut. Also mit diesem kleinen Fisch scheint das zu gehen. Jetzt will ich mich mal auf den Weg machen und ein Schaf suchen oder ein Reh... Nein, Schaf haben wir schon ausprobiert. Reh gibt es hier nicht. Ein Huhn, wollte ich sagen. Wir laufen einfach mal zurück. Genau. Vielleicht finden wir da unterwegs ja was. Und es wird aber schon wieder dunkel. Ja, gut. Ich kann ja mal ein bisschen loslaufen. Ja, natürlich laufe ich in den Sonnenuntergang. Ich wollte doch heute noch was... Ne, das war... Moment. Genau, doch, das war's. Den Stand bauen, den Zuckerwatte-Stand. Dann Dorfbewohner ansiedeln, schon mal die ersten. Und das mit der Angel ausprobieren. Aber da sind wir gerade noch dabei. Hier, eine frei lebende Kuh. Ne, also die Angel auswerfen, das hat wohl geklappt. Aber die Kuh wollte nicht. So, jetzt will ich mich erstmal da hinlegen. So, schnell noch was essen. Ja, so Reste von Krell sind leider keine mehr da. So, zum Abend kann ich mich schon hinlegen? Ja, kann ich. Sehr gut. Bei so einer schönen Aussicht kann ich gut schlafen. Oh, da ist... Ja, okay. Da ist wieder ein Gewässer. Aber ich wollte jetzt... Ich wollte erstmal hier raus. Hier, so. So, jetzt muss es nochmal morgen werden. Da ist... Moment mal, was ist denn da? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Was bist du? Du bist ein... Ein Schatten... Ein Rochen ist das. Ah, okay. Kann ich vielleicht den Rochen kriegen? Jetzt weiß ich nicht mehr, wo er ist. Aber gut. Versuchen wir es hier nochmal. Da sind... Hinten sehe ich Kühe. Aber keine... Keine Hühner. Da kommt was. Nein, ich war zu früh. Ah, schade. Na gut. Also schauen wir mal, ob wir... Ob wir jetzt... Ähm... Hühner finden. Ja. Jetzt so niedrig hier. Der Baum bewuchs. Bei Hühnen geht es ja nicht. Und aber... Geht es denn jetzt hierbei? Ja, jetzt ist ja... Die kommen auch so. Da muss ich gar nicht die Angel auswerfen. Ne. Das muss ich gar nicht machen. Okay. Wo sind denn Hühner? Da ist... Da ist ein kleiner Fisch hier. Guck mal da. Das müssen wir jetzt mal ausprobieren. Ja, guck mal. Den... Den kann ich hierher holen. Dann schwimmt er wieder weg. Okay. Also das geht. Der beißt zwar nicht an, aber ich kann den mit der Angel herholen. Das scheint also... Na gut. Bei kleineren Tierchen zu gehen. Aber Schühner sind ja auch kleiner. Ja, da müssen nur mal welche da sein. Au, da. Da, ein Huhn. Nö. Jetzt ist die Angel ganz weg. Ne, die ist hier... Oh, guck mal. Die nutzt sich ja ab. Oh, die nutzt sich ab. Ja, okay. Wir versuchen es nochmal. Ist eigentlich ganz... Normal, dass die sich abnutzt. Alle anderen Sachen nutzen sich ja auch ab. Boah, was... Wie? Leute, jetzt... Ihr verdirrt mir meine ganzen Experimente hier. Ich wollte ja doch einfach das mit dem Hühn... Hühnchen da jetzt versuchen. Geht mal weg da. Das Hühnchen muss aber da bleiben. Hühnchen, das war an die Kühe gerichtet. So, jetzt habe ich das Hühnchen hier. Es kommt aber so jetzt auch nicht mit. Ah ja, genau. Dann zieht sich die Angelschnur wieder von alleine ein. Wenn man weit genug weg geht. So, und jetzt... Ne, das Hühnchen kommt aber da nicht hier. Also das geht leider nicht. Ja, vielleicht geht das eben nicht für meine Version von Minecraft. Auf die 1, 10, 2. Aber bei diesen kleinen Fischen hat es ja funktioniert. Allerdings haben wir jetzt noch nicht in einem Gewässer geangelt. Wo mal so ein Kabeljau drin... Also sichtbar drin... Oder Dorsch, oder was das war. Ja, diese ganz großen. Guck mal, hier da wäre so ein kleiner... Ich mach mal. Da ist aber so... Da, doch, 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 doch. Da ist einer. Da ist... Da kommt noch einer. Irgendwie... Ja, hier. Den habe ich jetzt hier ziehen können. Mensch, Hai, jetzt... Geh mal weg hier. Die Haie, die nerven echt. Aber jetzt ist die Angel kaputt. Und schon ist der Spaß zu Ende. Okay, also ich will das nochmal ausprobieren mit der Angel. Will ich das jetzt machen? Ach, nun, das heben wir uns auch für nächstes Mal. Jetzt machen wir erstmal noch ein paar Minuten was anderes, denn ein paar Minuten haben wir noch Zeit. Komm, lass mich doch da hoch. So, da sind wir schon wieder am Kreisdorf. Wo ich jetzt von außen natürlich nicht reinkomme. So, äh, wir gehen noch was essen. Dann schauen wir doch mal, was wir im Kreisdorf noch machen können. Ähm, die Stände sind... Lass mich doch da hoch. So. Oh ja, wie geht's denn den Bewohnern hier? Sind das schon mehr geworden? Könnte ja sein. So, da sind zwei. Wahrscheinlich sind sie eher weniger geworden. Zwei, drei, vier. Hier müssen... Ah, das sind Schweinchen. Ähm... Ich muss auf die gelben Punkte achten. Aber hier im Haus... Im Haus könnten wir hier drin sein. Die gehen ja auch ins Haus. Ja, guck mal, hier da. Da ist einer. Und da ist noch einer. Okay. Ähm, zwei. Da sind zwei. Sind vier. Und da sind zwei. Okay, es sind sechs. Mehr sind da jetzt nicht. Aber denen scheint es hier ganz gut zu gehen. Ja, das sieht auch nicht gut aus hier. Okay. Das passt irgendwie auch nicht. So. Okay, gut. Also, ähm... Gehen wir mal zurück zu den Ständen. Ja, die ja jetzt so gesehen jetzt eigentlich fertig sind. Nur noch ein bisschen kahl das Ganze. Aber okay, gut. Ach ja, stimmt. Moment, ich... Da war ja noch was, was ich machen wollte. Äh, nicht unbedingt jetzt in dieser Aufnahme. Allerdings... Ja, wir haben jetzt noch ein paar Minuten Zeit. Da könnte man das auf jeden Fall machen. Wir könnten aber auch gleich nochmal eine neue Angel bauen. Ja, nicht, dass ich das vergesse. Ja, doch, das ist sinnvoll. So. Nämlich hier, ähm... Diese Gerüppelkammer. Ähm, fertig machen. Kisten sind ja schon da, aber so allerlei Gerümpel soll da eben noch rein. Ja, dann machen wir das doch mal. Ähm, ich schmeiß mal hier... Sachen da raus. Ja, das geht nicht mehr. Ja, okay, dann gehen wir einfach mal so zum Lager. Und habe ich denn da in der Kiste was hier? Nö, da ist nichts drin. Okay. Habe ich da auch rohen Fisch? Guck mal, hier, da habe ich auch rohen Fisch. Der hält sie hier in Minecraft ja zum Glück ewig. Ähm, Kugelfisch, der muss da nach drüben hin zu den Alchemie-Sachen. Was kann man denn aus dem Kugelfisch machen? Äh, weiß ich jetzt gar nicht. So, ein Stück Erde weg und, äh, das Seer-Rosen-Blatt. Und dann will ich jetzt eine neue Angel bauen. So. Äh, zwei Stöckchen. Oder drei. Und zwei Mal Schnur. Ich glaube, so. Und so. Ah, genau, eine Angel. Kommt da hin. Ja, dann probieren wir mit der Angel noch ein bisschen rum. Aber nicht jetzt. Jetzt will ich nochmal hier... Oh, dann müssen wir auch bald mal wieder abernten. Wollen wir das gleich machen? Ich habe nämlich jetzt keine Lust, das Inventar voll zu machen mit allerlei Gerümpel. Ähm, mit dem ich dann erstmal nichts mache. Guck mal, hier, da fehlt eine Karte. Die ist kaputt gegangen. Hm, na gut. Müssen wir dann irgendwann mal neu machen, obwohl das eigentlich gar nicht mehr nötig ist. So, ähm, wir hatten Kartoffeln. Wir können ja auch mal wieder Brot essen. Das sind Kartoffeln. Okay. Ah, das wird dann wieder eine Riesenfolge. Ah, nee, halt. Nein, das ist ja sinnvoller, wenn ich das hier mitmache. So, vom Speicherplatzbedarf her. Ja, obwohl bei dem hier... Oh, das schlägt doch nicht. Ja, das war nur diese eine Reihe, da. So. Äh, ja, da haben wir wieder ein bisschen was. Aber, ja, gut. Bei Rot machen kriege ich hier eigentlich auch Weizen, wenn ich das... Achso, ja, doch. Genau, Weizen. Ja, ja, okay. Gut. Nö, machen wir jetzt mal nicht hier. So, das ist wieder weg. Jetzt habe ich sogar noch eine giftige Kartoffel bekommen. Irgendwie hätte ich auch Lust auf ein kleineres Zwischenprojekt nochmal. Also, ich meine jetzt was zum Bauen, nicht einfach so zum Ausprobieren, wie das mit der Angel. Achso, ja, da müssen wir in die Öfen, da die Kartoffeln. Boah, machen wir mal so. Zack. Und das, ich dachte, ich hätte die Dings hier weggepackt. Jetzt habe ich immer noch Kartoffeln. Hm, warten doch ein paar mehr. So, dann haben wir da noch eine Kartoffeln, eine giftige. Die... So, die da rein. Und das Sonstiges. Ja, die kann und das Sonstiges hier. Okay. Und dann war da noch Weizenzeug. So, da rein und das Zeug da hin. So, Nacht haben wir es auch schon wieder. Äh, ja, dann denke ich mich jetzt mal hin. Jetzt noch ein bisschen was. So, okay, das reicht. So, dann mal schauen, was wir morgen machen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Irgendwas Sinnvolles. Hm. Ich habe nur keine Lust mehr. Ich könnte ja mal einfach früher aufhören und eben nicht überziehen. Ich glaube, das mache ich auch. Denn mir fällt jetzt aktuell nichts Sinnvolles mehr ein. An dem Moment eher so. Also schon was Sinnvolles ist, aber was wir jetzt in den zwei, drei Minuten noch machen können, das eigentlich nicht. Wo ist denn das Kreisdorf? Hier, da. Ah ja, das sieht schon besser aus hier. Ja, nee, ähm, nö. Komm, ich mache jetzt Schluss. Machen wir beim nächsten Mal weiter. Und zwar können wir dann Gerümpel einräumen, um es dann drüben im Kreisdorf da hinzustellen. Ansonsten nochmal mit der Angel ausprobieren. Und nochmal Volkszählung machen. Ja, wir haben zu tun. Und dann im Inneren weiter. Ich will aber auch in dem, am letzten Haus vom Kreisdorf dann noch ein bisschen weitermachen. Deswegen eben das mit dem Gerümpel. Da ist ja noch einiges zu tun. Okay. Und damit vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.